Tag, er hat den Weg zum Tag. Du, wie der Mann, der den Frauen, die Welt, du bist für uns alle ein Held. Ein Held. Du, bist für mich der eine, doch du bist für keine mehr Sicht und erfüllt. Das finde ich aber nett. Du, an der Bar und Rütteln, hier kann ich auch von dir. Ich suche einen, der mir allein bewöhnt, der mich verwöhnt und der mich sogar verehrt. Ein Mann, der zu schön ist, hat keinen Zweck, denn sonst nimmt ihn mir eine andere weg. Ich suche einen, der mich allein wohl liebt, wenn ich auch weiß, wie selten es sowas gibt. Darum lege ich nur auf das eine Wert, dass mir ein Mann auch wirklich allein gehört. Hilf mir doch aufstehen. Wie kommst du denn hierher? Auf dem Eilen. Na bitte, na helfen Sie doch dem Fräulein auch. Wenn man einen lieben Gast hat, muss man eben hilflich sein. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Hilflich. Warum bist du nicht abgereist? Wie komm ich dazu? Ich bin doch Hotelgast. Was bist du? Wirstil hat mich gefragt, ob ich ein Zimmer haben will. Und da hab ich Ja gesagt. Ach, dieser Idiot, du gehst sofort auf dein Zimmer, packst deine Sachen und verschwindest, ja? Oh, aber, aber ich will nicht verschwinden. Was ist denn hier? Oh, Dolchchen. Es geht nicht. Ich habe jetzt den Fuß verknackst. Gib mich so an, komm. So geht's auch nicht. Du musst mich auf Huckeback nehmen. Was heißt denn? Auf Huckeback nehmen. Komm. Na, du. Oh, schön. Sag mal, was suchst du eigentlich hier? Ich suche einen, der mich allein geföhnt, der mich verbündet und der mich sogar verehrt. Ein Mann, der zu schön ist, hat keinen Zweck. Lass das an, Anita. Denn sonst nehmt ihn mir deine andere weg. Auf. Ich suche einen, der mich allein nur liebt, wenn ich auch weiß, wie selten es sowas gibt. Darum leg ich nur auf das eine Wert, bin schon wieder gesund, dass mir ein Mann auch wirklich allein gehört.